so liebe leute wir kommen am watchpoint gibraltar an und werden diesen jetzt verteidigen wir schauen mal wer jetzt mit mir das ganze spaß verteidigen möchte also wir haben auf jeden fall schon zwei tanks das ist ein diva und reinhard und jetzt haben wir mich einen heiler den lucio wie so oft mit einer mercy dabei und zusätzlich eine million soldier könnte funktionieren in fünf sekunden geht's los und der reinhard steht schon oben um besser zielen zu können aber ich denke da wird auch gleich was von der rechten seite kommen ich gebe es mal wieder hier in seine halbwegs sichere position rein lade nach und wir schauen mal dass wir hier wieder alles halbwegs gehalt kriegen das sieht jetzt nicht so schlecht aus hier und auch hier ist irgendwie alles völlig unkritisch ja die war es wird langsam kritisch bei dir heute ist auch eigentlich nicht so wie man es machen soll die ulti war verschwendet war sie nicht aber sie war halt auch echt nicht optimal aber um uns hier irgendwie hat nichts zu retten musste jetzt mal meine rein weil die diva war schon ziemlich knapp gerade und was wir jetzt hier theoretisch machen ist wir demoralisieren also das hier ist nicht gleich wenn jetzt hier gleich einer lief dann wird mich das nicht wundern nachdem Ich kann es nicht mehr sehen. Es wird nicht nur massiv, es wird auch gefährlich hier für mich, für mich, dem kleinen Buh. Ich bin da ein bisschen unterlegen gerade. So, aber jetzt sind da oben auch wieder welche da. Ich weiß nicht, was das hier wird. Ich weiß es nicht so ganz, was das hier wird. Also jetzt müssen da ja auch mal welche vom Team hier herkommen. So, dann sind sie mich jetzt hier schon die richtige Stelle, um zu kämpfen. Und jetzt bin ich hier alleine. Ich bin hier alleine. Und die Fracht hat den Checkpoint erreicht, also es ist zu spät. Dann machen wir einfach an der anderen Stelle weiter. Mein Ulti ist noch nicht bereit. Meine Hauptbarriere ist bald soweit. So, wir kommen jetzt erstmal her. Heilen brauchen wir nicht, sondern wir haben jetzt hier wieder so eine schöne Ecke, wo wir wunderbar kämpfen können. Oh, nein, 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 nein. Jetzt wird's massiv. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Und jetzt bin ich in eine Soldier-Ulti reingelaufen. Was natürlich suboptimal ist. Und das müssen wir echt hier verhindern, dass die da noch den Punkt kriegen. Oh mein Gott, reinlaufen. Oh. 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 Wir bemühen uns das Auto ein bisschen zu fahren hier 23 Sekunden eine Sekunde ja okay also Runde 1 haben sie nicht geschafft das Ding ins Ziel zu schieben aber genau das werden wir jetzt probieren das werden wir jetzt probieren wir bleiben dabei wählen Sie Ihren Helden 5 4 3 2 1 Angriff beginnt 6 4 3 1 10 10 10 10 10 Oh Gott, ja. Na, keiner da? Oh, ich dachte, da wären welche. Sehr geil. Also da machen wir jetzt gerade richtig gut Progress. Ach, da stehe ich drüber, da stehe ich drüber. Das Auto fährt richtig schön weiter. Das war das Geschütz. Aber wir haben jetzt noch viereinhalb Minuten. Für ein paar Meter haben wir jetzt noch. Das müsste eigentlich so weit funktionieren. Wir haben jetzt noch einen Soldier und eine Mercy. Okay, wir haben noch eine Mercy. Jetzt warten wir erstmal hier. Komm, Leute, lauft nicht so rein. Die Mercy haben wir auch. Und jetzt haben wir noch mehr. Das Tolle ist ja, dass wir gar nicht... Dass wir gar nicht mehr bis zum Jobpoint, glaube ich, müssen, sondern wir müssen nur bis zu dem kleinen gelben Strich. Und den haben wir jetzt gleich. Ungefähr jetzt. Ha. Jo, schön. Sollen wir die Cola rüberholen. So kann's laufen. Highlights des Matches. Oh, 30%. Herr Reinhardt ist aber auch mittlerweile so wichtig. Komm, dann geben wir einen. Okay. Okay. Aber doch irgendwie notwendig. So. Was machen die Punkte? Ta-da. Neue Season High. 1765. Das ist schon über die Hälfte des Weges nach Gold. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer würde ich mich natürlich über Likes und Kommentare dazu freuen. Ihr könnt auch einfach mal drüber nachdenken, mir ein Abo zu geben. Das hilft mir weiter. Und ihr werdet natürlich auch informiert, sobald es ein neues Video von mir gibt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis am nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.